Geld und Kapital. Sind Geld und Kapital eigentlich ein und dasselbe? Oder anders gefragt, was sind Edelmetalle? Geld oder Kapital? Oder sogar beides? Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Hallo, schön, dass ihr drangeblieben seid. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Geld und Kapital. Geld ist ein Tauschwert für angenommene oder tatsächliche Werte und Kapital ist das Äquivalent für bereits geschaffene Werte. Nach Marx, Karl Marx, liegt der Unterschied zwischen Geld und Kapital in der verschiedenen Zirkulationsform. Geld wird dann zu Kapital und damit zu Gewinn, zu Profit, wenn es investiert wird. Das heißt, wenn Geld dynamisch verwertet wird. Das bedeutet, dass Kapital dann entsteht, wenn mit Geld neue Arbeitskräfte beschäftigt werden oder einem anderen ein solcher Einsatz ermöglicht wird, indem man ihm sein gespartes Geld als Kapital gegen einen Zins respektive gegen einen Teil des Gewinns leiht. In diesem Kontext ist beispielsweise Gold kein Kapital, weil es langfristig real keinen Gewinn erwirtschaftet, sondern durch nominelle Steigung lediglich die Inflation ausgleicht, um die Kaufkraft zu erhalten. Gold ist also faktisch Geld. Wenn wir an die reichste Ente der Welt denken und ich meine Dagobert Duck, dann ist er mit seinem berühmten Geldspeicher, wo er in seinem Gold schwimmt, kein kluger Kapitalist, um es mit Marx zu sagen. Denn nach Marx wird die rastlose Vermehrung des Werts, die der Schatzbildner anstrebt, indem er das Geld vor der Zirkulation zu retten sucht, dadurch erreicht, indem es der klügere Kapitalist stets von Neuem der Zirkulation preisgibt. Würde Dagobert Duck das mit dem gesamten Inhalt seines Geldspeichers tun, es würde wohl unvorstellbare Ausmaße annehmen. Auch Silber ist kein Kapital, aber es weist insofern ein hohes wertsteigerndes Potenzial auf, als es infolge von unter anderem Papiermarktspekulationen historisch unterbewertet ist und sich durch ein steigendes Gold-Silber-Ratio vom Goldpreis sozusagen abkoppelt. In seiner Urfunktion ist Silber sowie auch Gold allerdings ein Geldmetall respektive ein Zahlungsmittel. Gewöhnlich erhöht sich die Kaufkraft erst dann, wenn das Geld solide investiert wird und als Kapitalerträge erwirtschaftet. Wenn beispielsweise Banknoten in Gold und in Silber eingetauscht werden, dann ist das in erster Linie eine Möglichkeit, um die Kaufkraft seines Geldes durch den inhärenten Inflationsschutz der Edelmetalle zu erhalten. Und wenn auf diese Weise ein hinreichender Wert akkumuliert wurde, dann kann auch weiteres Geld als Kapital eingesetzt werden, um auf diese Weise Zinsen einzubringen und wirklich vermögend zu werden. Aber es sei noch einmal erwähnt, beim Silber besteht die Möglichkeit einer zukünftigen überproportionalen Wertsteigerung, wenn es sich wieder einer fairen Bewertung annähert. Historisch lag das Gold-Silber-Verhältnis oder Gold-Silber-Ratio zumindest in den USA von 1687 bis 1873 in der Regel bei rund 15 Unzen Silber für eine Unze Gold. Realistisch, um nicht zu sagen gesund, wäre meines Erachtens ein Preisverhältnis zwischen 20 und 40 zu 1. Alles über Gold und Silber als Wertanlagen erfahrt ihr ausführlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Und wenn ihr in Bezug auf Edelmetalle weiterhin informiert bleiben wollt, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Auf bald! Bis zum nächsten Mal.